Moin! Wir sind hier heute wieder bei Ikea und die Piste weiß immer ganz genau wo es was umsonst gibt. Nächsten Samstag, den 2.12. nämlich... Genau, da gibt es von 13 bis 17 Uhr die große Wunschbaumaktion. Und zwar hier oben im Ikea-Restaurant, da steht ein Baum, da könnt ihr eure Wünsche dranhängen. Es gibt so eine kleine Kärtchen, Pauli, gib doch mal so eine Karte hier. Ole, hier ist eine Karte. Die liegen hier überall aus und da könnt ihr eurem Wunsch bis zu 500 Euro draufschreiben und abends wird es ausgelost. Ja und wenn ihr hier seid, könnt ihr es direkt mitnehmen, ansonsten müsst ihr es halt später abholen. Ja und ähm... Wie geil ist das denn? Das ist sehr, sehr geil! 500 Euro! Damit kann man einiges machen und was? Oder holen, sich kaufen, wünschen und das zeigen wir euch jetzt mal. Ein Sofa. Ein Hai. Ein Pferd. Ein Wohnwagen. Ein Zirkuszelt. Bälle. Schränke. Ein Stern. Ein Ankleidezimmer für eure Frau. Duschen und sowas. Noch mehr Schränke. Stühle. Wasserhänge. Ein Spiegel. Ein Bett. Tische. Jede Menge Tische. Und Stühle. Und Stühle. Kochlöffel. Stauraum. Jede Menge Stauraum. Neue Handschuhe. Lack. Äh... Bilder. Nackenrolle. Äh... Glaube ich nicht. Nein? Ne. Tischsets. Rotweingläser. Mischegläser. Schnapsgläser. Sektgläser. Martini-Gläser. Biergläser. Wassergläser. Hä? Wassergläser? Ne. Vorhänge. Waschtische. Ein Klo. Natürlich auch der Sessel. Einmal. Zweimal. Teppiche. Bilderrahmen. Teelichter. Teelichter. Viertausend Teelichter. Lange Lampen. Schreibtischlampen. Star Wars Lampen. Holzentore. Zimmerpallen. Bilder. Ein Thron. Kissen. Komm du. Teelichter. Äh... Hatten wir schon. Auch grün und blauer? Mit Duft? Okay. Backofen. Aktenschränke. Endlich gelbe Tüten. Wie viele wirst du davon mitnehmen? Alle. Ja, also Leute. Denkt dran. Schreibt euren Wunsch auf diese Kärtchen hier. Hängt ihn an dem Baum. Nicht an diesen, sondern im Restaurant. Und vielleicht habt ihr Glück. Euren Wunsch bis zu 500 Euro abends schon mitnehmen. Das stimmt wirklich. Und Samstag wird Gwen für musikalische Unterhaltung sorgen. Die hat so ein... Was hat die an? Ein Lucia-Kostüm. Ein Lucia-Kostüm. Was sind das denn? Ja, das ist so weiß und mit einem Adventskranz auf dem Kopf. Wichtig ist, sie verteilt nämlich so Rubbellose, solange der Fahrrad reicht. Das ist so ein Rubbellos. Da gibt es einiges zu gewinnen. Wir wissen nicht genau was, aber das wird richtig gut. Top. 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 Top.